So, darf ich Ihnen heute die neue Luftpistole von SIG SAUER, Modell X5, CO2, mit Blueback-Funktion vorstellen. Ich habe sie natürlich auch hier und echt, nicht nur den Karton, richtig gut und schwer. Die Besonderheit an dieser Waffe ist das Ladesystem für die CO2-Kapseln. Die kommen hier rein, wie bei anderen Waffen auch. Aber das Besondere an dieser Waffe ist ganz einfach das, bei anderen haben sie immer eine Schraube, wo sie festziehen müssen. Hier legen sie die CO2-Kapsel rein, drücken hier die Klappe zu und die CO2-Kartusche wird angestoben. Hier ist das Magazin. Magazin machen sie so auf. Hier kommen die Diabolus oder Rundkugeln rein oder auch Spitzkugeln. Die Diabolus wäre hier besser geeignet, Spitzkugeln vielleicht, aber sie dürfen nicht rüberstehen, schon transportiert dieses Gebinde nicht. Dann machen sie hier wieder Magazin rein. Die Waffe ist geladen, jetzt natürlich nicht. Blowback-Funktion, das heißt, hier, guck ich mal, Schlitte bewegt sich zu mir her. Jetzt neu bei uns erhältlich. Mehr Informationen unter messer-deuchler.de Danke.